Meine Babys sind synchron-tot. Er? Hey? Ma Peppe! Hallo? Good morning! Good morning everybody! Mama macht Licht aus, ich bin ein Superstar! Wie süß der ist! Ich bin ein Pipi-Max! I love my Pipi! Der ist schmutzig, guck mal, der Pimmel ist schmutzig! Der ist verfärbt! Das ist ein Merle-Pimmel! Schaut mal! Ma Peppe! Hat ein Merle-Pimpi-Max! Guck mal, der ist ganz dunkel geworden! Tick, 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 tick! Oh Gott, wie sehr ich dich liebe. Mo, Baby. Mo, Kenya, Baby, gell? Mo, es ist unter. Schau, Baby. Wie groß der ist. Mo, Baby. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich hoffe euch stört das nicht, dass da drüben ein totaler Haufen ist. Da liegt der kleine Eli. Nuki ist hier. Und er schläft da drüben jetzt gerade. Und bei uns sind halt Haustiere auch im Bett. Das ist dann nicht so. Also, wie ihr natürlich jetzt vernehmen könnt, habe ich meinen Winkel, meine Beleuchtung etwas umgestellt. Mir gefällt es so sehr viel besser. Ich habe ja da drüben ein bisschen umgeräumt. Nach meinem Declare-Video, was ja sehr kontroversal Meinungen aufgeholt hat, ja, muss ich einfach sagen. Ich danke euch trotzdem für die ganzen Kommentare. Ich finde einfach, wenn etwas controversial ist, sprich also ein bisschen aufreibend ist, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Weil ich finde einfach, es ist sehr wichtig, dass ihr praktisch eure Meinung sagen könnt. Das ist hier auf jeden Fall super erlaubt. Ich denke aber trotz allem, dass es teilweise sehr, sehr stiere Kommentare gegeben hat. Also auch teilweise sehr freche, wo ich mir auch gedacht habe, also das ist mir dann auch persönlich schon ein bisschen zu weit gegangen. Ich muss euch einfach sagen, ich danke euch trotzdem für alles, was ihr so an Kommentaren immer da lasst. Ich lese sie alle durch und ich beantworte auch relativ viele. Manchmal komme ich halt zu mehr, manchmal zu weniger. Heute ist aber in meinem Video ganz arg wichtig. Ich möchte mit euch heute die neuesten Make-Up-Releases durchbrechen. Ich werde die hier einblenden und werde mit euch dann praktisch die ganzen Sachen mal durchdiskutieren und werde euch mal sagen, was wir davon meinen. Nuki ist jetzt viereinhalb Monate alt und ist immer noch volles Würstchen. Schaut mal, der ist so klein. Aber er ist ein ganz, ganz süßes, zauberhaftes Wesen. Macht sich sehr gut, wird auch immer sauberer. Also ganz stubenrein ist er noch nicht. Also das haben wir jetzt noch nicht geschafft. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass... Also ich habe hier zum Beispiel ein Regal. Das wird auch so bleiben. Das ist unser Hintergrund. Das ist unser Bett. Das wird mal mehr, mal weniger aufgeräumt sein. Ich habe nur mal Hunde und Katzen, die da drin liegen. Das ist dann halt so. Ich lege mich dann einfach so hin, dass ihr praktisch nicht seht. Und ich zeige euch jetzt mal die Make-Up-Releases, die mich einfach die letzten Monate echt gecatcht haben, wo ich sage, wow, das schaue ich mir etwas näher an. Dessen, dass ich in einem No- bzw. Low-Buy bin, habe ich euch ja gesagt, wird es sehr viel weniger Zusagen für Produkte geben wie Absagen, äh, Absagen wie Zusagen sozusagen. Ich werde nicht mehr alle Sachen anschauen, beziehungsweise ich habe halt oft leider nur die Möglichkeit, mir online etwas anzugucken, aber viele Releases interessieren mich halt nicht. Starten wir mal mit der neuen Morphe Bronze Collection. Das seht ihr hier. Morphe ist eigentlich eine Marke, die ich sehr cool finde. Ähm, ich habe mich damals auch schon gegen die Inner Artist Palette von James Charles entschieden. Jemand, der, naja, ich sag mal so, so viel Auswahl hat und auch sehr viel High-End-Produkte, muss ich euch einfach sagen, ähm, gibt es einfach auch bessere Paletten, die mich persönlich nicht interessieren. Also, wer von euch noch nicht weiß, wie die James Charles Palette, das ist diese bunte. Das ist für mich im Prinzip einfach nur eine Regenbogenpalette mit einer neutralen Palette zusammengemischt. Ich habe da kein Interesse drin, diese Kollaboration auch zu unterstützen. Ich mag James Charles nicht als YouTuber. Ähm, ich finde seine Looks nicht besonders. Also, es sind wirklich nur, er ist zwar schon sehr Artistry-mäßig unterwegs, ja, aber ich sehe auf Instagram noch krass, krass besser und krass talentiertere Menschen, die, äh, keine, ähm, Regenbogenpalette brauchen, um sich wirklich mega gut zu schminken. Nuki frisst gerade mein Unterarm auf. Es schmeckt ihm gerade. Also, ich weiß nicht, der hat gerade so eine super Schleckphase, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, diese Palette habe ich mir damals gekauft. Und die Bronze Collection besteht aus, ähm, aus einer Palette aus, äh, kleineren Liptoppern und so und Bronzern. Die Bronzer brauche ich nicht. Ich bin gerade sehr, sehr, sehr obsessed, Leute. Und zwar mit zwei Bronzern. Das sind, äh, die Revolution Bronzer. Die könnt ihr auf revolutionbeauty.com, glaube ich, kaufen. Das ist einmal dieser Bronzer, den trage ich auch gerade im Gesicht. Das ist der Mega Bronzer in Cool. Ähm, ist auch ein krasser Dupe zum Marc Jacobs von der Farbe her. Von der Konsistenz kann ich leider nichts aussagen. Und dann haben wir noch den Bronzer Reloaded Take a Vacation. Das ist praktisch ein bisschen ein Schimmer, ein Schimmer Bronzer. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Also, die beiden Produkte kosten nicht mal 10 Euro zusammen. Die habe ich mir jetzt, ähm, da gibt es auch eine wärmere, äh, Variante davon, die ich jetzt aber jetzt noch nicht benutze, weil ich jetzt dafür einfach ein bisschen mehr Orange und Braun in meinem Gesicht brauche. Das heißt, ein bisschen mehr Farbe. Die Palette sieht sehr, sehr schön aus. Aber das Problem ist halt, ich habe einfach so viele Paletten. Ich habe auch so viele weggeschmissen und auch aussortiert, wo ich sagen muss, nee, also, ich habe sehr viele Bronzene Dings. Ich habe jetzt zum Beispiel heute die, ähm, Colored Rain Palette, äh, und zwar die Queen of Hearts. Und ich finde die wirklich sehr, sehr schön. Ähm, die Palette sieht schön aus, aber auf mir sind da einfach zu wenig matte Töne drin. Dann haben wir eine neue BH Cosmetics Kollaboration von einer Person, ich kann den Namen nicht mehr aussprechen, ähm, finde ich gar nicht schlecht. Das Problem ist, das Packaging stört mich sehr, ja. Ähm, das ist dann, glaube ich, auch etwas, mittlerweile muss ich auch leider feststellen, dass BH Cosmetics sehr, sehr teuer geworden ist. BH Cosmetics war früher etwas günstiger, meines Erachtens, und ich denke, die Palette wird auch wieder um die 26 Euro kosten oder so. Packaging finde ich halt echt nicht besonders, weil die halt einfach wahnsinnig bulky ist, also auf Deutsch praktisch so klobig, ihr wisst gar nicht, wo ihr die hinpacken sollt. Dann haben wir hier noch eine, eine neue, ähm, Anastasia Beverly Hills Palette. Die finde ich wunderschön, aber das ist jetzt auch eher eine Palette, die ich auf meinen Vielleicht-Haufen packe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Palette also schlecht ist, das sind Anastasia Beverly Hills überhaupt nicht. Viele sagen ja auch, die Subculture ist nicht so schlecht, das kann ich mir sogar wahnsinnig vorstellen. Ähm, diese Palette würde ich mir sehr gerne, packend mit 20% beim Douglas kaufen, wenn sie soweit ist, weil dann kostet sie zwar immer noch 36 Euro etwa, aber das kann ich auf jeden Fall besser verkraften wie 50. Dann haben wir hier eine neue Kollaboration mit Zoella. Zoella ist eine, ich glaube, die hat 4,8 Millionen Abonnenten. Das ist eine UK-Bloggerin beziehungsweise ich glaube eine YouTuberin. Ähm, ich meinte, dass ich erst gedacht habe, sie wäre beauty-related, aber irgendwie ist die nicht. Ähm, sie war früher sehr populär. Mittlerweile muss ich sagen, ist sie sehr controversial, also sie ist irgendwie, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber auf jeden Fall hat sie irgendwie wahnsinnig viele, so ähnlich wie bei Laura Leap, Abonnenten verloren. Weshalb, wieso, wieso, warum, keine Ahnung. Ähm, ich habe jetzt nur immer wieder gehört, dass Leute halt das ablehnen, diese Kollaboration zu kaufen, weil sie halt eben nicht gut angekommen ist. Ähm, ich finde leider Gottes, die ist wahnsinnig langweilig. Ich finde diesen Kanal furchtbar langweilig. Ich weiß gar nicht, wie 4,8 Millionen Menschen sich darauf verlaufen können. Die zeigt zum Beispiel Primer Calls, also im Prinzip auch Sachen, die kleine YouTuber aus Deutschland mit 100 Abonnenten oder so gut machen. Ähm, aber das ist da hingestellt, das muss echt jeder selber wissen. Also ich persönlich habe keinen Abonnement vergeben an Leute, die halt einfach da sind. Ich habe nur ein Abo vergeben an Leute, die wirklich mich auch interessieren. Und die interessiert mich gar nicht. Die hat Liptopper, ich glaube, die hat Liquid Lipsticks, die hat Highlighter und alles mögliche. Und ich kaufe ja bei Colourpop ganz regulär ein. Also ich habe wunderschöne Produkte von dort. Ich habe eine ganze Kiste voll mit, äh, matten Lippen, Liquid Lipsticks. Aber leider muss ich sagen, interessiert es mich überhaupt nicht. Dann haben wir noch eine neue, ähm, neue Make-up, äh, Make-up Sache. Und zwar, ich habe, ähm, von Itch Cosmetics beide Produkte. Und zwar einmal die CC Cream Oil Free Matte und einmal die Color Correction Full Coverage Cream. und die habe ich auch auf meinem Gesicht. Ich habe die hier in einer kleinen Version mittlerweile aufgebraucht. Das habe ich damals mir bei einer Fiat und, ich glaube, irgendwie so einer, äh, 3 von 10 Aktionen von Douglas, habe ich sie mir mitgenommen, weil ich einfach die wahnsinnig gut finde. Ähm, ich reagiere überhaupt nicht aus dem SPF. Ich muss aber sagen, gerade jetzt, wo die Sonne rauskommt, bin ich sehr dankbar, dass ich dieses Ding hier entdeckt habe. Den habe ich in der Farbe Neutral Tan und Medium. Beides perfekte Farben für mich. Und die kommen jetzt mit einer perfektionierenden Foundation raus, die wohl sehr dünn sein soll und sehr, sehr schön auf der Haut liegen soll. Ich werde sie mir definitiv angucken. Ich weiß allerdings nicht, was sie kostet. Ich schätze mal auch um die 40 Euro. Ähm, die kommen mit einer relativ guten Farbrange. Das heißt, ihr könnt auch auf jeden Fall auch für dunklere Mädels, könnt ihr die auf jeden Fall finden. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Makeup Revolution hat jetzt irgendwelche Flawless Special Paletten rausgebracht. Da habe ich jetzt bis jetzt nur eine einzige gesehen. Da interessiert mich tatsächlich eine, diese etwas buntere. Ich werde aber ein paar Reviews abwarten, wie die von der Qualität sind. Das ist auch zum Beispiel ein Vielleicht-Produkt. Seattle London hat ja diese super coolen Glitterflips rausgebracht, diese Lippenstifte, wo ihr die Lippen aneinander presst. Mittlerweile hat glaube ich Essence sogar auch ein richtig gutes Dupe dazu. Und die bringen eine Jessica Rabbit Limited Edition raus. Da interessiert mich tatsächlich die Lidschattenpalette. Leute, mittlerweile ist es aber so, Leute, ich warte wirklich auf gute YouTuber, die wirklich immer wieder Reviews machen. Sonst kann ich euch nur empfehlen. Mel Thompson ist so toll, da die macht immer eigentlich, die will die ganze Kollektion kaufen und ich will einfach ihre Meinung abwarten, weil es ist halt, wenn ihr halt 40 Euro für hier und dort und keine Ahnung ausgebt, das geht halt einfach auch wahnsinnig ins Geld. Und deswegen warte ich halt zum Beispiel bei dem sehr wohl ab. Dann kommen wir zu etwas, wo ich sehr, sehr zwiegespalten bin. Und zwar, ich bin ein sehr, sehr hardcore bekennender Jeffree Star Fan. Ich liebe seine Produkte. Seine Highlighter hasse ich für die Pest. Da gefällt mir keine Farbe, keine Konsistenz. Ich weiß gar nicht. Also die Skin Frost Highlighter, was macht der Eli da? Die Skin Frost Highlighter zum Beispiel, sowohl die Liquids habe ich mir gar nicht gekauft, wie auch die normalen, die habe ich mir gekauft. Die habe ich mittlerweile wegschmeißen dürfen. 30 Euro für die Tonne, weil die einfach so hart werden und auch teilweise so krass bröckeln, dass ihr keinen Highlighter auftragen könnt. Ich habe jetzt heute nur den von Hourglass, das Ambient Light Powder in Dim Light und habe das praktisch einfach so ein bisschen auf die Haut gegeben. Das macht ein wunderschönes Finish. Ich finde auch zum Beispiel, ihr seht halt gerade in dieser Ecke von meinem Zimmer meine Haut sehr viel besser und ich möchte halt sehr viel natürlicheres Licht. Ich mag nicht dieses artificial, künstliche Licht, weil das einfach total verfälscht. Das ist halt nur mal ein normaler Hintergrund von einem normalen Haushalt, von einem Haushalt, der halt einen kleinen YouTube-Kanal hat und so bleibt das hier auch. Auf jeden Fall hat er diese wunderschönen Morphe-Brushes rausgebracht. Ich finde sie wirklich schön. Die kosten, glaube ich, 50 Euro oder so. Mit einem Code kriegt er die 45. Da muss ich sagen, das ist nur ein, ich sage mal so, ein Item, wo ich weiß, ich habe sehr gute Pinsel. Also ich habe eine riesen Ansammlung da hinten, ja, habe ich eine riesen Ansammlung an Pinseln und weiß halt ganz genau, dass ich eigentlich keine Pinsel mehr brauche. Aber als Fangirl würde ich sie kaufen, aber als Make-up-No-Sagerin mittlerweile werde ich sie mir nicht kaufen. Solid Rain ist auch eine Marke, die ich letztes Jahr sehr für mich entdeckt habe. Ich habe sehr viele Pressed Pigments davon. Ich habe die Queen of Hearts, ich habe die Pressed Pigments, ich habe auch diese ganz große Palette, wo halt ganz, ganz viele gepresste Pigmente drin sind. Ist eine Wahnsinnsmarke, Leute, ist viel zu underrated, finde ich, da reden halt viel zu viele, viel zu wenig Leute eigentlich darüber. Die bringen eine African-inspired Palette raus, die ich wirklich wahnsinnig schön finde. Die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Aber wie bei allem ist es halt wirklich so, ich werde grundsätzlich jetzt schauen, dass ich mir keine volle, volle Kollektion mehr kaufe, die halt nicht im Sale ist, weil ihr könnt bei Beauty Bay wirklich, ey, wenn ihr da einen 30% Sale habt, dann spart euch lieber 200 Euro und holt euch ein paar mehr Items, das lohnt sich unnormal. Die It Cosmetics haben die leider nicht, aber die haben jetzt mittlerweile Certify, also Certify ist auch, da zeige ich euch mal jetzt ein paar Pictures, ist eine Marke, die wirklich super tolle, bunte, krass bunte Lidschatten hat und da muss ich sagen, da interessieren mich wahnsinnig viele Sachen und da bin ich jetzt echt gespannt darauf, wie die von der Qualität her sein werden. MAC Cosmetics ist oder wird demnächst mit einer Blossom Spring Collection rauskommen, da gibt es dann so ein spezielles Sherry, Sherry irgendwas, Kirschblüten riechendes Fix Bloss, Lidschattenpaletten, normale cremige Lidschattenstifte und so weiter, das Packaging ist so schön, aber ich muss sagen, ich werde mir davon gar nichts kaufen, weil der Highlighter ist viel zu golden und egal, wie dunkel ich wäre, das wäre mir einfach zu golden, ich habe sehr, sehr, sehr gute, gerade die Weihnachtshighlighter kann ich euch nur ans Herz legen. Alida und ich sind letztes Jahr bonkers gegangen mit sowas, sind verrückt geworden mit sowas, wir haben uns alle Winterhighlighter geholt, also Alida ist schon immer so ein Faktor, warum ich demnächst noch mehr pleite gehe und wird, also sie hat zum Beispiel ein anderes Interesse an Farben zum Beispiel, dann kauft sie das, ich finde es dann irgendwie doch an ihr schön und dann kaufe ich es meistens nach und auf jeden Fall ist es halt wirklich ein Item, wo ich sage, das ist jetzt nicht etwas, was ich für das Geld ausgebe, ich finde halt MAC wahnsinnig langweilig mittlerweile, also MAC interessiert mich zum Beispiel als Make-up-Lover überhaupt nicht mehr, ich bin da nicht so angetan von und deswegen wäre das jetzt auch nicht unbedingt etwas, was ich mir anschauen würde. Jetzt haben wir noch zwei Items, die darf ich auf keinen Fall vergessen, also Huda Beauty kommt mit Matten Bullet Lipsticks raus, die seht ihr her, die Farben finde ich sehr, 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 sehr schön, aber ich muss sagen, also Alida war ja neulich in Paris, auf Instagram hat sie da ganz, ganz tolle Bilder gepostet und sie hatte mir, sie war dort in einem großen Sephora, also in so einem richtigen Sephora und sie hatte mir halt erzählt, dass es halt super cool ist und sie wollte dort Glitzerlippenstifte und sie hatte mir damals gesagt, am Telefon, dass die Verkäuferin ja abgeraten hat davon, weil die Konsistenz sehr schlecht sein soll. Bei den Matten Lippenstiften habe ich halt das Problem, Huda Beauty verkauft ja Wimpern, die halt aus echten Tierhaaren entstehen und das ist halt so etwas, ich wollte ganz viele Items von Huda Beauty, ich will zum Beispiel auch unbedingt dieses Baking Powder, weil ich ja sehr Gutes davon gehört habe. Ich habe mir bei meinem letzten Städtetrip habe ich mir das Fenty Beauty, das sehr, sehr gut ist, ich habe das auch gerade drauf, das Butter und den Lip Stunner in dieser Farbe Unlocked, das ist der Shit, sage ich euch, richtig schöne Farbe und ich habe von Huda Beauty viele, viele Items gesehen, ich finde, dass sie ganz coole Items macht, aber jetzt nicht etwas, wo ich sage, oh wow, das ist jetzt der Shit oder so, das ist halt etwas und noch eins, bevor ich es vergesse und bevor wir auch hier zum Abschluss kommen, haben wir noch eine BH Cosmetic Opulence Palette. Opulence ist für mich ein zu krasses Wort für das, was ich da sehe. Viel zu ähnliche Farben, ein Lila, was mich interessiert, das wird nicht in meinen Haushalt einziehen. BH Cosmetics, muss ich sagen, hat gerade für mich auch sehr den Reiz verloren, weil die halt so krass viele Kollaborationen einfach haben. Sie haben wirklich unglaubliche Paletten. Ich habe eine Palette, die benutze ich nahezu jeden Tag, weil da irgendeine coole Farbe dabei ist, die ich immer benutze. Das ist die Desert Oasis und da sind halt unglaublich schöne Töne dabei, Leute, wo ich halt sagen muss, das ist halt wirklich High-End Qualität. Es ist für mich von BH Cosmetics noch nie eine schönere Palette rausgekommen und das, wie gesagt, war auch mein komplettes Will I Buy It? Yes or No? Ich habe sehr viele Sachen, die ich jetzt einfach gar nicht kaufen möchte. Das ist eigentlich eher so eine Art Anti-Haul-Package gewesen. Ich habe sehr viele vielleicht Produkte. Ich habe zum Beispiel auch bei Fenty Beauty, ich habe mir die anderen Farben auch angeguckt. Da gab es auch ein sehr cooles dunkles Lila und ein Korall. Das Korall sah bei mir ganz abartig aus. Dadurch, dass ich so einen oliv-gelben Unterton in der Haut habe, ist das ganz arg schwierig, da irgendwie einen richtigen Kontrast zu finden. Und ich möchte euch auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, nochmal Danke sagen für die 1600 Abonnenten, die wir mittlerweile erreicht haben. Ich hätte eigentlich damals nicht mal gedacht, dass überhaupt nur zehn Leute meinen Kanal sehen wollen. Ich freue mich aber wahnsinnig. Ich habe einfach die letzte Zeit, um auch ein kleines Live-Update zu geben, das mache ich jetzt immer am Ende des Videos mal ganz kurz. Ich habe, ich wechsle jetzt meine Arbeitsstelle, aber jetzt nicht den Arbeitgeber, sondern einfach jetzt die Arbeitsstelle, weil ich durch die Zeitarbeit natürlich in verschiedenste Heime komme. Ich muss jetzt relativ weit fahren, ich muss 40 Kilometer hin und 40 Kilometer zurück fahren, das ist super ätzend, weil dadurch halt sehr viel freie Zeit verloren geht, weil ich halt, das ist allerdings nur für einen Monat, danach komme ich in eine Einrichtung, die halt hier in der Nähe ist, das ist praktisch eine Pflegeheimkette, wo ich praktisch hier praktisch direkt arbeiten kann und mir geht es sehr gut, ja, wir sind auch mitten in der Babyplanung, ich hoffe, vielleicht klappt es ja bald, ich weiß es nicht, das ist auch der Grund, warum ich so viel ausgemistet habe, ich möchte mich nicht entschuldigen dafür, weil dafür gibt es absolut keinen Grund, ich habe meine Sachen ausgemistet, weil ich einfach denke, Kinder brauchen halt Platz und wir möchten ja, wir haben ja uns immer ein hoffentlich doch gesundes Kind gewünscht und jeder träumt davon, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen und man braucht einfach Platz. Wir haben eine 13x80 Quadratmeter Wohnung, aber wir haben natürlich Katze und Hund hier und da sind zum Beispiel jetzt hier ist zum Beispiel ein riesen Kratzbaum und man braucht einfach wahnsinnig viel Platz und deswegen hoffe ich einfach auch, dass in naher Zukunft, dass man einfach dann ein bisschen entspannter darüber nachdenkt, dass man halt teilweise an fremden Leuten schreibt. Leider Gottes kenne ich so wenige von euch mit vielen, schreibe ich aber auch also auf Instagram, da kann mir auch keiner einen Vorwurf machen, ich versuche immer irgendwie zu schreiben oder so. Oft, wenn ich in der Arbeit bin, glotze ich mal durch bei Instagram, das könnt ihr mir super gerne machen, ich bin keine von diesen, ich kann euch nicht sagen, also ich habe Influencer kommen und gehen sehen, ich habe auch Influencer durch die Decke schießen sehen, ja, aber sie sind halt leider auch an vielen denen vorbeigeschossen, die sie ja früher mal sehr nett fanden, plötzlich redet man nicht mehr miteinander oder hat plötzlich keinen Kontakt zueinander, das ist aber jeder selbst zu belasten, das gilt aber nicht für mich zum Beispiel, ich finde es toll, so eine Community zu haben und ich freue mich wahnsinnig über jeden einzelnen von euch und ich würde sagen, demnächst, ich hoffe, dass das Video müsste jetzt am Freitag online gehen und am Sonntag wird es für euch wieder ein neues Video geben und zwar ein Make-up-Tutorial mit den neuesten Essence-Sachen, da werde ich nämlich euch einen Look zeigen, den ich euch dann zeige und ich werde euch praktisch eine Rückmeldung darüber geben, wie ich die einzelnen Produkte von Essence gefunden habe, ich habe relativ viele davon gefunden, zum Beispiel jetzt neulich habe ich erst diesen, endlich diesen You Better Work, wie heißt das, Eye Primer gekauft, den ich sehr, sehr gut finde, habe davon zwei Stück gekauft, weil es halt sehr, sehr schwierig gerade ist und werde euch ein bisschen Rückmeldung geben über die Produkte, die ich praktisch in Essence gekauft habe, da hoffe ich, da freut ihr euch, ich werde aber euch am Anfang den Make-up-Look zeigen, den ich gemacht habe, ich werde halt eine andere Foundation tragen, aber wie ich was benutzt habe, das werdet ihr im Schnellablauf sehen und dann, schaut mal, die Lilly läuft da hinten rum, ich möchte einfach mehr, mehr an die Wurzeln gehen, wie ich damals eigentlich YouTube angefangen habe, ich fand den Hintergrund hier auch sehr schön, also ich könnte zum Beispiel auch so rumdrehen, das wäre jetzt kein Problem, aber es ist mein Zuhause, ich möchte halt mich zeigen, wie ich bin und das habe ich immer so, immer auch beworben an meinem Kanal und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr da wahnsinnig viel Spaß dran habt und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Lieben. Ciao!